Wie läuft die Zahlung per Nachname ab? Da ist der Postbote und er übergibt die Ware. Und kassiert die Rechnungsgebühr. Hier ist der Empfänger der Ware. Furchtbar lästige Sache, denn der Empfänger hat garantiert nie das Geld passend. Der Postbote hat garantiert nie Wechselgeld. Ja, aber so läuft es oder so soll es laufen. Macht man sehr ungern, macht man sehr selten. Und von der Post wird das Ganze natürlich hier dem Auslieferer der Ware per Gutschrift gutgebracht. Ja, also der Postbote gibt die Ware, der Empfänger zahlt die Rechnungsgebühr, beziehungsweise der Postbote kassiert die Rechnungsgebühr. Und dann wird das Geld an das Unternehmen, das die Ware ausgeliefert hat, übertragen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.